Aufgrund einseitiger Belastungen können unsere Fußgelenke versteifen und sich das fasciale Gewebe darum verhärten. Darum empfehlen wir folgende Übungen zur Mobilisierung der Füße, die sich ganz einfach in den Alltag einbinden lassen. Um die Anfälligkeit für das Umknicken und daraus resultierende Verletzungen zu verringern, können wir die Füße während des Stehens oder Gehens vorsichtig nach innen und außen dehnen. Dadurch trainieren wir das Gewebe, damit es im Ernstfall diese Bewegung kennt und auf ein unvorhergesehenes Umknicken verletzungsfrei reagiert. Um unseren Füßen die nötige Kraft zu schenken, bewegen wir uns einbeinig auf dem Ballen oder auf der Ferse und versuchen diese Übung jeweils für etwa eine halbe Minute durchzuführen. Eine spannende Methode zur ganzheitlichen Dehnung und Kräftigung der Beine bieten unsere Flow Moves. Verlinkung dazu findest du in der Beschreibung.